Ja, aber will ich das? Du, aber guckst du in die Wand noch? Mach mal ein bisschen glatt hier. Oh, sorry. Mach mal wieder zu hier. Ja, die muss an die Wand da. So, zu wem gehört die Klopferin? Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten? Ja. Reif? Nee. Ja. Doch? Ja. Okay, Robert, du gehst zuerst. Warum ich? Na ja, weil das so ist. Aua. Du siehst nur deine Hand. Was? Leid dann? Du auch. Ja. Hey, wo müssen wir denn jetzt? Ach, da lang. Ach nee. Du musst uns führen. Das ist toll. Ach, das ist toll. Ach, das ist toll. Was ist da noch? Sag mal, will dir eigentlich jemand was fotografieren? Ich fotografiere ja nicht. Ach so, du hältst nur den Kamerabuch, ne? Ja. Ich filme. Guck mal, das ist doch jemand. Guck mal, das ist doch jemand. So viele laufende Meter hier. Oh, toll. Ja. Wo ist der Kindergarten, der euch rausgelassen hat? Ja, unser zweiter. Unser Geheimnis. Genau. Das ist doch von gestern. Hallo. Voll toll. Wirklich schön. Ich sterbe. Oh, das ist ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Mach mal folgendes Model Video nach. Ja. Und schick's halt die Klump. Scheiß niemand an! Was ist hier los? Wie ist der Mann aber jetzt? Waren sie nicht braun? Wer? Du bist ein Witzbold, wa? Du bist ein riesengroßer Witzbold. Dabei gehst du nur bis hierher. Ja, riesengroße, bisschen mehr. Musste schon bis hierher sein. Also machst du da unten einen Fleck. Macht ihr jetzt ein langes Video? Ja. Das muss ich ja so spontan sein. Mhm. Schönen guten Tag, mein Name ist Benir Herr Klaun. Und ich zeig euch jetzt was. Uh. Wartig! In diesem Sinne. Schnitz! Hä? Was macht denn Robert da? Weiß ich auch nicht. Ey, Robert! Pass auf, bitte, Scher. Ey, du musst runter gehen. Nicht so rum. Sie stehen doch da anders rum. Ja, nicht so rum, so rum. Runter. Oh Gott, oh Gott, ja. Ja, und weiter. Ist okay, ist okay. Oh Gott. So, jetzt, jetzt. Ja, tippe, holzah, Mann. Pass auf die Scherbuff. Hast du noch nie ein Tor gesehen? Sie sollen ja nicht gut in die Gitter durchtreffen. Oh, sorry. Jeden Morgen in den Spiegel. So. Machen die denn. Oh oh! Oh, oh! Aufsicht haben wir hier die. für die. Wuh! Du hast verpackt, du hast ein ganz normal schlechtes Tor. Und du gehst hinten kaputt, wenn man die zuiges ist. Ist das gordisches. Ja, wohl immer. So, dann haben wir ein großes Tor. Holen wir den anderen. Die Königin will nicht gesehen werden, die ist gerade im Kognitor, im Kognitor halt. Im Korridor? Ich sag im Korridor, lasst wir die mal bitte im Korridor jetzt fallen. Im Korridor? Muss man ja Ende finden, Ende gefunden. Scheiße, alle waren daher! Die Alice hat sich ganz schön verändert, oder? Ihr wart... Alter Schwede! Kannst du mal fragen, du Einzelkind, oder was? Hallo? Ja, hallo, bitte! Hallo! Los doch, wir hier fletzen! Das ist ein Jahrtausend! Das ist so high! Ich bin ja fast! Dass die Leute vom Gegenrufer abendet, sagen sie es im Kopf, Das war ein Spitz, du bist! Ich probiere. Wir verraten. Dann gehen wir doch mal! Dann gehen sie jetzt nacken.